Hallo, heute sind wir im Lobopark. Hier sind wir in der Team Familie. Wir sind sehr glücklich, wie die zwei Jungs weiterentwickeln, die Verhältnisse und die Charaktionen, und wie die Familie geht. Wir sind sehr glücklich. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir mit unserem Arbeit in den internationalen Programme der conservationen dieser Spezies. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Spezies beherren. Es ist sehr freundlich. Und wir sind sehr glücklich, dass wir helfen in der conservationen dieser Spezies. Wie Sie wissen, in den letzten Jahren haben wir zwei Kinder in verschiedenen Jahren. Happy und Garoe. Die beiden sind sehr gesund und entwickeln sehr gut. Sie können hier sehen, dass die verschiedenen Verhältnisse und Charaktionen haben. Happy ist mehr aktiv und ist immer wieder zu tun. Und die Brüder und andere Familien auch immer wieder zu tun. Und Garoe war immer wieder zu fühlen und schließlich wieder zu fühlen. Und hat einen ganz anderen Charaktionen. Es ist sehr lustig, wie die Geschwisterinnen und Gäufe, Bongo und Gombe, Sie spielen zusammen und nehmen die Babys. Sie helfen viel mit der Rearung der Jungs, um die Babys zu holen und ihnen zu zeigen, wie zu tun, wie zu machen, wie zu machen, die Handtools zu essen. Es ist auch sehr lustig, zu sehen, wie Gauri und Happy spielen zusammen. Wir haben diese 2 H-Levels, und es ist sehr lustig, zu sehen, wie sie miteinander spielen. Es ist auch sehr lustig, zu sehen, wie die ganze Gruppe ist auf die Well-Being des 2 Babys, und wie alles, was sie machen während des Tages, ist auf die Babys zu holen, und ihnen zu erzählen, wie zu machen, wie zu essen, 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 wie zu machen die Handtools. und es ist ein sehr gesundes Gruppe, zu sprechen, mit der Psychologische Well-Being. Es ist sehr ähnlich, wie zu sehen, wie zu sehen, wie zu sehen, wie zu sehen, in der Natur. Wir sind sehr glücklich, mit der Situation. Es ist sehr wichtig, wenn wir in modernen Shoes arbeiten, dass es sehr wichtig, dass diese Tiere, die Menschen, die Menschen, denn sie können sehen, die Veränderungen, die Veränderungen, und wie sie entwickeln, die Veränderungen, Wir arbeiten zusammen, mit anderen Institutionen, mit der EEP-Coordinator, und mit den Programmen, der Europäischen Association von Susan Aquariums, und wir waren Coordination, weil diese Chimps sind eine große Population, die wir weltweit manageieren. Es ist sehr wichtig, dass wir in die Frage, dass diese Tiere veränderungen, die Menschen, eine große Struktur, eine Population, und wir sind zuständig, für die Menschen, und die Besten, für diese Tiere. Und es ist sehr wichtig, dass sie zu spüren, weil Sie sehen, wie sie entwickeln, die Veränderungen, wie sie veränderungen, wie sie veränderungen. Wir haben das gesehen, in Loro Parque, weil, wenn sie Happy geboren sind, die Gruppe veränderungen, komplett veränderungen, und sie entwickeln mehr Veränderungen, und sie werden auch wie eine Solidarität, wie eine Familie, wie eine gute Struktur, und sie sich um die Jungfrauern. Wir können sehen, dass die anderen Brüder entwickeln die Veränderungen, die sich um die andere Familie zu tun, und es ist sehr wichtig, weil in der Zukunft diese Tiere werden ihre eigenen Gruppen, und gehen zu einer Institution, um eine Gruppe zu einer Gruppe und werden auch ein Mitglied. von dieser großen Gruppe. Wie Sie wahrscheinlich wissen, die Tiere leben in einer großen sozialen Struktur, mit vielen Männern und Frauen, und es ist sehr wichtig, dass alle Tiere die Teilen von diesen großen Gruppen wissen, wie sie als eine Naturale Team Es ist sehr wichtig, für die Grunde, dass wir eine Gruppe und dass wir die Tiere entwickeln die Naturale zu entwickeln. wie es passiert in Loro Park in Loro Park die Tourale für die Tourale Schreibt jetzt eure Fragen in den Kommentar, vergesst nicht dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach kostenlos den Kanal.